Musik Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lichtblicke, das Magazin für Lebensfragen. Heute geht es um einen Trend, der mittlerweile auch evangelische Christen erfasst hat. Das Pilgern boomt regelrecht. Jährlich sind allein auf dem Jakobsweg über 300.000 Menschen unterwegs. Die Pilger sind dabei häufig wochenlang unterwegs, ertragen auf ihren Wegen sommerliche Hitze, die Steigungen in den Bergen, Wind und Wetter und kommen auch körperlich an ihre Grenzen. Und trotzdem ist das Pilgern für viele ein Gewinn. Daher heute unsere Frage, was fasziniert so sehr am Pilgern und welche Rolle spielt dabei der Glaube und die Kirche? Zu Gast im Studio begrüße ich heute ganz herzlich Pfarrer Detlef Linau, herzlich willkommen. Sie sind Leiter der Evangelischen Erwachsenenbildung, Sie sind Pilgerbeauftragte der Badischen Landeskirche und organisieren seit 15 Jahren Pilgerreise und haben sogar Bücher geschrieben. Herr Linau, erste Frage, was ist denn das Pilgern überhaupt und wie unterscheidet es sich denn vom Wandern? Also in vielem ist es wirklich Wandern. Ich sage oft, es ist Wandern plus, ich packe morgens meinen Rucksack, ich bin ganz viel draußen in der Natur, ich mache, ich laufe, ich laufe, ich laufe. Ich glaube, der einzige Unterschied und der ist dann doch sehr entscheidend ist, dass ich beim Pilgern mit einer Sinnerwartung unterwegs bin. Also ich glaube, dass mir unterwegs etwas passiert, was mich verändert. Das nehme ich mir vor und das erhoffe ich vom Pilgerweg. Das kann beim Wandern passieren, ist aber nicht wesentlich fürs Wandern. Und beim Pilgern, glaube ich, gehört es wesentlich dazu. Deshalb Wandern plus. Okay, wie sind Sie denn zum Pilgern gekommen? Ich bin, glaube ich, immer schon ein Mensch gewesen, der viel unterwegs gewesen ist, äußerlich und auch innerlich am Suchen. Und Pilgern drückt ja dieses aus. Der Mensch ist noch nicht fertig, sondern er sucht nach vorne hin. Und diese Lebenshaltung übe ich beim Pilgern eigentlich jedes Mal wieder ein. Jetzt habe ich immer gedacht, man findet beim Pilgern zu sich selber. Sie haben gesagt, Sie haben ja Bücher geschrieben. Ein Buch heißt Sich Fremdgehen. Warum Menschen pilgern? Sich Fremdgehen, das ist ja sozusagen das Gegenteil von zu sich selber finden. Was heißt denn das genau? Ich glaube, Pilgern lebt von dieser Erfahrung. Der Weg zu mir lebt von einem Umweg. Also ich muss gewissermaßen Abstand von mir nehmen. Abstand von meinem Alltag, Abstand von dem, was ich schon bin. Und erwarte und erhoffne von dem, was nach vorne ist und auf das, was ich zupilgere. Von dem erwarte ich mehr für mich gewissermaßen mein eigentliches Sein. Habe ich das dann richtig verstanden? Man muss mit sich selbst fremdgehen, um im Grunde zu sich selbst zu finden und sich wieder neu zu entdecken? Genau. Ich bin noch nicht fertig, sondern ich mache den Umweg. Ich gehe mich fremd und gewissermaßen über diesen Umweg zu mir selbst zu finden. Halina, machen wir mal hier kurz eine Pause in unserem Gespräch und schauen einen kleinen Film, den wir extra zu diesem Thema auch vorbereitet haben. Wer pilgern möchte, muss übrigens nicht unbedingt wochenlang unterwegs sein. Interessierte können auch klein anfangen, beispielsweise mit einem Pilgerwochenende der Badischen Landeskirche. Ulrike von Arnim hat das ausprobiert. Ein Film über diese Pilgerin und warum sie beim Pilgern trotz einiger Anstrengungen Kraft tanken kann. Sich voll und ganz auf etwas einlassen, ohne Ablenkung, diesen Zustand suchen heute viele. Durch das tägliche Gehen mit ihrem Hund weiß Ulrike von Arnim, dass Bewegung in der Natur dabei hilft. Intensiver hat sie ihr zweites Pilgerwochenende im September in Erinnerung. Drei Tage, 30 Kilometer, zusammen mit 40 anderen Frauen. Im Gepäck nur das Nötigste. Ich fand meinen Rucksack, er war nicht schwer, aber es hat mir doch gereicht. Man schleppt trotzdem, wenn man länger schleppt, schleppt man trotzdem das Gewicht mit. Es sind zwei Wasserflaschen dabei, das ist schon mal ein Kilo und es geht und man gewöhnt sich auch dran, das Gewicht zu schleppen. Irgendwann spürt man es nicht mehr. Verblüffend ist die Beobachtung, dass die Kräfte mit jedem Kilometer von Tag zu Tag wachsen, statt zu schwinden. Und am Sonntag hatte ich das Gefühl, also jetzt platze ich aus allen Nähten. Jetzt habe ich so viel Kraft getankt, dass ich mich auch wirklich an die Spitze gesetzt habe und ich hätte doppelt so schnell gehen können. Ein gemeinsames Tempo zu finden, ist eine der Herausforderungen beim Pilgern in der Gruppe. Eine Bereicherung, der intensive Austausch, das sich öffnen und gegenseitig anvertrauen, obwohl man sich kaum kennt. Im Gehen redet es sich einfach gut. Man kann wirklich die Gedanken schweifen lassen, man guckt ins Feld, man guckt auf den Boden. Und trotzdem hat man seine Nachbarin und erzählt. Aber man läuft auch alleine und das ist auch ganz schön, weil man muss auch mit seinen eigenen Gedanken Raum und Zeit haben und die ein bisschen ausfüllen. Dabei unterstützen beim Pilgern auch spirituelle Impulse. Besondere Orte, Lieder, Texte, Gebete. Ein Erlebnis ist der Pilgerin ganz besonders in Erinnerung geblieben. Wir waren bei dieser kleinen Kapelle, einer Maria-Hilf-Kapelle und haben dort auch ein paar Worte bekommen. Und dann ist spontan eine Frau rausgetreten und hat ein Mariengedicht aufgesagt. Und es war unglaublich berührend. Es hat einfach so wunderbar gepasst. Und das war für alle ein ganz besonderer Moment. Ich bin dann mal weg. Oder besser, ich bin dann mal nur hier und jetzt. Dieser Gedanke hat das Pilgerwochenende geprägt. Und von dieser Erinnerung zerrt sie noch. Ich sehe es so, dass ich das, was ich gemacht habe, das Pilgern, das Zuhören, das Miteinander sich austauschen, ganz präsent zu sein. Nur da, wo ich jetzt gerade stehe, wo ich gehe, wo ich wandere, dass ich das mache. Und dass ich nicht abgelenkt bin von mal schnell eine WhatsApp nach Hause schicken oder so. Und das fand ich ganz schön, sich mal so zu reduzieren, nur auf sich selbst. Wir haben jetzt ja eben schon im Film gesehen, auch unsere Pilgerin hat mit sich selbst Erfahrungen gemacht. Es passiert also innerlich was. Kommt es denn dann auch zu religiösen Erlebnissen? Wie muss ich mir das vorstellen? Also meine Mitglieder, die in meinen Pilgergruppen etwa, berichten sehr oft von Erfahrungen, die im weitesten Sinne religiöse Erfahrungen sind. Wenn zum Beispiel ein Pilger sich den ganzen Tag im Freien aufhält, in der Natur, dann ist ganz oft diese Erfahrung, ich bin ein Teil eines größeren Schöpfungszusammenhanges. Und verbunden damit auch eine große Dankbarkeit dafür, was einem im Leben alles geschenkt wird. Das sind Erfahrungen, die wir im Alltag so nicht machen, die bei Pilgern sehr häufig sind. Auch die Erfahrung, ich sage mal, vom Bewahrtsein. Ein Pilger kommt ja oft an seine Grenzen. Zu merken, da gewinne ich eine Kraft, die ich sonst nicht in mir habe und jetzt kriege ich sie. Viele Pilger deuten das als ein Geschenk Gottes, dass sie Kraft bekommen. Oft auch, dass ein Wort aus der Morgenandacht nachwirkt, weil ich ja beim Pilgern einfach viel Zeit habe. Im Alltag ja zack, zack, der nächste Termin. Beim Pilgern einfach zwei, drei Stunden laufen am Stück und ein Wort aus der Morgenandacht kann nachwirken. Dann verstehe ich das jetzt richtig. Das heißt, es unterscheidet sich doch durchaus sehr vom Wandern, weil es gibt früh, trifft man sich wieder und man betet zusammen. Es gibt ja sehr verschiedene Formen des Pilgerns. Bei den Wanderungen, die ich für Erwachsene anbiete, ist es so, dass ich morgens einen kurzen Impuls, durchaus auch mit einer Frage endend, die auf den Weg mitgenommen wird, anbiete. Und am Abend ein ruhiges Zurruhekommen, wo gewissermaßen diese Frage nochmal aufgegriffen wird und abgerundet wird. Das heißt, man kann diese Frage sozusagen auch mit sich herumschleppen und vielleicht auch Antworten finden. Und das berichten auch viele, dass sie sagen, im Alltag nehme ich mir diese Zeit zur Besinnung nicht. Und das ist toll, dass ich die Gelegenheit habe und dass mir etwas, eine Frage, ein Wort mitgegeben wird, was ich bedenken kann unterwegs. Ja, kommen wir jetzt mal zum ganz Praktischen. Für wen ist denn Ihrer Meinung nach das Pilgern geeignet? Und auch für diejenigen, die Arthrose in den Knien haben? Oder wann sollte man es lassen? Wann ist das wirklich für jemanden geeignet? Also grundsätzlich ist das Schöne am Pilgern, dass es so eine große Vielfalt an Formen ermöglicht. Ich kann ja 40 Kilometer laufen oder 10. Ich kann im Schlafsaal mit 30 übernachten. Ich kann ein Doppelzimmer nehmen. Ich kann im Ausland pilgern. Ich kann zu Hause pilgern. Ich glaube, wichtig ist, sich klarzumachen, was will ich? Und dann die entsprechende Form zu suchen. Bei Menschen, die sich bei mir anmelden, frage ich schon nochmal sehr deutlich nach. Hast du es dir gut überlegt? Was ist wirklich deine Motivation? Und weil ich eher herausfordernd pilgere, schaffst du die Vorbereitung auch? Also ich frage schon nochmal sehr deutlich auch nach. Ist diese Form des Pilgerns für dich die richtige? Und ansonsten habe ich gesehen, bietet die Badische Landeskirche wirklich ein breit gefächertes Angebot. Es gibt auch Frauenpilgern. Es gibt sogar Fahrradpilgern. Und das heißt, es gibt sozusagen für alle Bedürfnisse, für alle Können, für alle Ausdauer-Power-Möglichkeiten, sozusagen für jeden das richtige Programm. Beim Frauenpilgerweg von der Badischen Landeskirche ist, glaube ich, nochmal das spezifische Lernen an weiblichen Vorbildern. Nicht, dass Frauenbiografien unterwegs eingespielt werden. Dieses Fahrradpilgern hat ja oft einen sozialethischen Aspekt. Also dass ich nochmal gucke, gerade so in ökologischer Hinsicht, wo sind Orte, sagen wir mal, schuldhaften ökologischen Verhaltens, wo sind Orte, sagen wir mal, vorbildlichen ökologischen Verhaltens. Also viel stärker dieses, wie gestalten wir als Gesellschaft gesellschaftliche Fragen. Und das ist ja spannend, wie wir diese beiden Arten des Pilgerns zusammenhalten. Wir haben quasi das eher geistliche Pilgern, wo es um die Selbstbesinnung geht. Und wir haben das eher sozialethische Pilgern, wo es darum geht, wie bewegen wir uns als Bürgerinnen, als Christinnen und Christen in dieser Welt. Also das heißt, durchs Pilgern kann man auch die Umwelt schonen, weil man beispielsweise Ressourcen schont und nicht ins Flugzeug steigt und nicht das Auto benutzt. Solche Dinge, aber auch eben, dass ich mich ja unterwegs mit diesen Fragen erstmal konfrontiere. Im Alltag habe ich genug Eindringer zu tun. Und jetzt gehe ich ganz bewusst an Orte, wo diese Fragen eine Rolle spielen. Dann sind wir schon beim nächsten Thema. Wenn Sie jetzt Menschen, die noch gar nicht pilgern, das Pilgern empfehlen würden, was würden Sie denen denn raten? Bei vielen Pilgern höre ich Anfragen, ist Pilger nicht etwas, was ich alleine machen will und nicht in der Gruppe. Das hat seine Berechtigung alleine, aber ich erlebe oft, dass Pilger alleine überfordert sind. Und dafür habe ich zum Beispiel dieses Buch, das Weite suchen, herausgegeben, was Besinnungen, Andachten für Pilger bietet, damit die selbst eben auf geistliches Futter bekommen. Ich glaube, dass das Gruppenpilgern durchaus eine Chance hat, weil ich Austauschpartner habe und weil ich nicht das Pilgern von selbst von Null aus erfinden muss. Und ich glaube, dass es uns gut tut, dass wir gewissermaßen in eine, wie soll ich sagen, in eine Art zu pilgern, ich mich reinbegebe und auch mal Abstand, in dieser Form Abstand von mir selber gewinne und sage, okay, da wird eben 25 Kilometer gelaufen und diese Herausforderung nehme ich an. Oder alleine würde ich vielleicht ein Doppelzimmer nehmen, aber jetzt versuche ich mal aus, mit 20 Schnarchnasen im gleichen Raum zu schlafen. Und das tut, glaube ich, Menschen gut, dass sie auch in dieser Hinsicht gewissermaßen aus sich rausgeholt werden. Herr Lino, das war jetzt auch schon ein schöner Schlusssatz. Wir sind auch schon am Ende unserer Sendung. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie bei uns gewesen sind und wünsche Ihnen viel Kraft für Ihre weitere Arbeit. Dankeschön. Liebe Zuschauer, damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung. Wenn Sie jetzt zu Hause von der Sendung inspiriert sind und die Füße nicht mehr stillhalten können, mehr zum Thema Pilgern erfahren Sie auf der Homepage der Badischen Landeskirche unter www.ikiba.de. Dort finden Sie immer wieder Informationen über kommende Termine für geführte Pilgertouren. Das war es auch schon von Lichtblicke, dem Magazin für Lebensfragen. Bis zum nächsten Mal. Ihnen eine gute Zeit. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.